Polizei, es gibt keine Paragraphen, die es einer Person ermöglichen, sich einer Durchsuchung zu entziehen. Wenn eine Person von einem Polizisten im öffentlichen Raum durchsucht wird und der Polizist keinen hinreichenden Verdacht hat, könnte dies als unrechtmäßige Durchsuchung betrachtet werden und gegen den Paragraphen 129a des Strafgesetzbuches verstoßen. Die Person kann sich jedoch nicht einfach weigern, sich durchsuchen zu lassen und muss den Anweisungen des Polizisten folgen. Es wäre jedoch möglich, später gegen die Durchsuchung vorzugehen, indem man sich eine Rechtsberatung wendet oder eine Beschwerde bei der zuständigen Polizeibehörde einreicht. Tipps dazu Notieren Sie sich alle Einzelheiten der Durchsuchung, wie zum Beispiel den Zeitpunkt, den Ort, die Person, die an der Durchsuchung beteiligt waren und alle Dinge, die während der Durchsuchung gesagt wurden. Machen Sie Fotos von eventuellen Schäden, die während der Durchsuchung verursacht wurden. Fragen Sie den Polizisten, warum die Durchsuchung durchgeführt wurde und ob er einen Durchsuchungsbefehl hatte. Fordern Sie eine Kopie des Durchsuchungsbefehls an, falls vorhanden. Wenden Sie sich an einen Anwalt, um Ihre Rechte und Optionen zu besprechen. Sie können auch eine Beschwerde bei der Polizeidienststelle oder dem zuständigen Ministerium einlegen. Also falls du Dreck am Stecken hast, lauf um dein Leben, Bratan. Jeder kennt kein...